meine damen meine damen und herren willkommen hier bei russ ich habe jetzt alle meine freund meine einheiten zahm du auf ein haufen wie sie sehen können und die soll jetzt was erleben hoffen wir dass es klappt das war ein selbstmordabtat ich habe alle meine leute selbst weggegeben meine leute sind auch weg hier wohl die standen in euro long-term verteidigen passt tausend punkte bloß spitzen leistung tja das war's dann wohl oder logisch beginn einer neuen zeit das stimmt stalin hält jetzt halb europa besetzt und den rest will er sicher auch noch haben wenn er die kate denkt dann will er den rest nicht sondern er denkt dass er schon gehört und nur befreit werden will und was werden sie jetzt machen